Verhalten aufwärts, könnte man meinen, wenn man auf die Märkte guckt, so richtig der Durchstarter ist es noch nicht. Oder etwa doch? Beim DAX sieht es gar nicht so schlecht aus, denn eigentlich ist das DAX-Bild fast schon mustergültig. Jetzt wäre es natürlich schick, wenn sich das auch weiter so entwickelt. Schauen wir erstmal drauf, wie die aktuelle Situation ist. Nach dem letzten Tief, was wir hier hatten, hatten wir so eine A-B-C-Kiste und jetzt sind wir auf dem Weg nach oben. Und das wäre ein klassischer Trigger. Wir sind da gerade dran. Also eigentlich, Mensch, dann kann ich doch jetzt noch long gehen. Oder, ja, nach dieser Logik, absolut, ist das auf jeden Fall eine Long-Situation, die klassischerweise erwarten lässt, dass wir das, was wir vorne haben, weil es ja auch ein echtes Tief ist, also der Kurs kam von oben, da unten ist ein echtes Tief, da ist ein Rücksetzer hier, der ist auch tief genug. Was ist das mit dem Tief genug? Naja, wir messen immer dafür ganz gerne mal so, ob das in diese klassische Zone 38 bis 61 hier irgendwo rein ist. Jawohl, ist es rein, es ist dreiwellig. Jawohl, es hat alle Inkredenzien eines wunderbaren Korrekturmusters. Es ist zugegeben ein klein bisschen schnell. Das ist vielleicht der einzige Makel, den man vielleicht dem anmerken kann. Nämlich, wenn ich mal messe, wie schnell ging es nach oben? Wir sind leicht unterhalb der Marke. Ja, gut, wir wollen nicht pepstlicher sein als der Papst. Alles perfekt ist immer so eine Sache. Es ist ungefähr so, also diese Linie symbolisiert die Geschwindigkeit quasi der Aufwärtsbewegung nochmal auf der Abwärtsseite. Der ist also leicht schneller, weil unterhalb dieser Linie und dementsprechend war die Korrektur zeitlich kürzer. Es geht dabei also nicht alleine um diese Dauer. Die ist natürlich klar hier auf der Anstiegsseite länger gewesen, aber sie ist ja auch nicht so weit runter gekommen. Also wir müssen das relativieren. Das machen wir mit dieser Linie, um so eine Idee davon zu haben. Liegt aber noch im Rahmen dessen, was ich für okay befinde. Wir können es mal hier vergleichen. Machen wir mal hier so ein bisschen angewandtes Zeichnen. Hier sehen wir, dass diese Korrektur auf jeden Fall rechts hier von dieser Linie liegt und dementsprechend das länger gedauert hat. Also eigentlich alles passt. Jetzt sind wir in einer komoden Situation, dass wir eigentlich hier auf diesem kleinen Rahmen ein Einstiegssignal haben, wo wir mehr oder weniger gerade dran sind. Noch dran sind. Vielleicht kommt er ja auch noch mal ein bisschen runter. Mit Erwartungshaltung, dass sich das hier fortsetzt. Also dass wir das, was wir hier vorne haben, hier hinten nochmal bekommen, sodass wir zumindest mal bis hierhin kommen. Das ist um die 16.000er leicht drüber, wenn das tatsächlich so eine 1 zu 1 Geschichte ist. Das ist immerhin mal bis hierhin. Es reicht leider noch nicht, um das hier auch zu triggern. Aber man kann sich vorstellen, wenn das einigermaßen schubmäßig ist, also diese Bewegung jetzt wirklich so ist, dann würde ich da auch gar nicht Gewinne mitnehmen. Eigentlich bin ich ja so ein Gewinnmitnehmer. Ah, vorne das, hinten das, fertig, da wieder raus, Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Wenn das aber sehr dynamisch hier eben passiert, vielleicht sogar mit korrektiven Bewegungen hier auf dem Weg nach oben noch, dann ist vielleicht eine echte Option, dass man sagt, okay, ich setze meinen Stop, wenn er dann da oben in die Nähe kommt, auf mein Einstiegsniveau. Und lass es einfach laufen in der Hoffnung, dass wir dann auch noch dieses hier triggern und dann auch noch da drüber gehen, da drüber gehen und vielleicht, wenn alles besonders gut läuft, sogar das nochmal bekommen. Da bin ich allerdings nicht ganz so sicher, denn anders als hier, ich hatte es vorhin erwähnt, das ist ein echtes Tief, denn der Kurs kam von oben. Hier kam der Kurs nicht von oben, hier kam er von unten, oder? Na, also da kann man geteilter Meinung sein, aber er kam auch hier von unten. Dieses hier ist niedriger als das, also das ist nicht die erste Welle, denn der war tiefer hier und insofern ist das nicht so ganz so sicher, ob wir dann auch diese Niveaus erreichen, aber so mutig wäre ich dann mal, wir hätten einen riesen CRV, wenn er dann läuft. Stichwort Teilgewinnmitnahme. Hier oben dann vielleicht nur die Hälfte mitnehmen und den Rest weiterlaufen lassen und dann sagen, okay, ein bisschen Gewinn habe ich doch schon mal, kann also nichts Schlimmes mehr passieren und wenn es noch richtig reinknallt nach oben hier, dann ist es doch umso besser. Ich muss gleich dazu sagen, für all diejenigen, die sich jetzt erhoffen, anhand so einer Zeichnung und Aussage, genau so wird es jetzt passieren, er hat das gesagt, er ist Berufshändler, der muss das wissen. Nein, ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das passiert. Das wäre nur sehr typisch und böte mir gute Chance-Risiko-Verhältnisse. Ich kann euch sagen, die Chance ist im schlimmsten Fall 50-50, aber ich gewinne halt mehr, als ich verliere bei dieser Überlegung. Warum? Weil meine Gewinnseite alleine schon bis zu diesem Ziel halt höher ist, als meine Verlustseite auf der Abwärtsseite. Das ist vielleicht nicht viel, aber es ist zumindest mal schon mal ein gutes Stück. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall, selbst bei einer 50-50-Chance, mehr Chancen als Risiken und wenn ich das sogar noch weiterlaufen lasse, ja dann erst dreimal. Also insofern, ja, ich glaube, dass der aktuelle Markt durchaus eine realistische Chance hat, jetzt hier sich nach oben weiter durchzuentwickeln. Der DAX hat beste Voraussetzungen dafür, für die nächste Zeit nach oben zu gehen. Sicher ist das nicht. Manchmal kriegt die Frage, ist das dann jetzt gesichert? Nein, ist es nicht. Absolut nicht gesichert. Es ist nicht unsere Aufgabe, gesicherte Erkenntnis zu haben. Das wäre sehr schön. Sondern unsere Aufgabe ist es, die Bedingungen so zu stellen, dass sie für uns vorteilhaft sind. Und so, wie ich sie gerade vorgeschlagen habe, das ist nur ein Vorschlag, das kann man natürlich noch anpassen. Dann gibt es Varianten mit engeren Stops und so weiter. Ja, sind die Bedingungen immer vorteilhaft für uns. Das heißt aber nicht, dass sie immer auch positiv ausgehen, sondern dass sie in der Summe eben positiv sein werden. Dafür spricht sehr, sehr viel, um das mal so vorsichtig zu sagen. Das als kleiner Warnhinweis, weil ich so viele Feedbacks kriege, direkt oder indirekt, dass ich dann irgendwo lese. Ja, aber das ist doch jetzt gar nicht sicher. Nein, ist es nicht. Es ist absolut nicht sicher, dass es ist. Ja, also nicht, dass das falsch verstanden wird. Wir können an den Charts keine Sicherheit ablesen, was passiert. Übrigens an fundamentalen Nachrichten natürlich auch nicht. Also insofern, das ist nicht die Fähigkeit, die Expertise und auch gar nicht unsere Aufgabe als Händler. Sondern unsere Aufgabe ist es, die Bedingungen so zu gestalten, dass man sagt, das ist aber unfair, das geht ja immer zu deinen Gunsten. Also tendenziell wohlgemerkt. So, gucken wir mal, was die Tendenz bei den Amerikanern ist. Auch dort scheint es sich im Moment auf der Aufwärtsseite erstmal zu etablieren. Das ist zwar nicht gesagt, dass das ewig weit nach oben geht. Insofern wäre der DAX da vielleicht ein bisschen alleinstehend mit neuen Allzeithochs. Auf der anderen Seite, ich sehe jetzt keinen Grund, warum das hier nicht passieren kann. Der Markt ist auch nicht jetzt super scharf auf der Abwärtsseite unterwegs. Hier geht es noch einigermaßen. Aber auf der anderen Seite hier sehen wir schon, dass auch hier jetzt mit Kursüberschneidungen dann doch, das ist tiefer als der da jetzt, der schon wieder so hoch. Also irgendwie hat man den Eindruck, auch das hier in der größeren Fassung ist eher korrektiv. Also man hat durchaus den Eindruck, dass steigende Märkte, mindestens nochmal bis da oben hin und dann bis dahin kann der DAX sich ja noch entscheiden, was er will, durchaus nicht von der Hand zu weisen sind. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass die Chancen nicht so schlecht aktuell sind, dass wir noch ein gutes Stück nach oben eben gehen. Dafür spricht einiges. Es ist aber keine Garantie, sondern es ist nur so eine Idee aufgrund des Marktverhaltens, was wir hier haben. Unterstützt würde dieses Verhalten durch so viel wie es geht korrektive Rücksetzer. Also von mir aus ganz wenige davon. Aber wenn es einen Rücksetzer gibt, dann korrektiv. Das ist eher etwas, was Angst macht. Wo man sagt, man kann das im Nachhinein sagen, okay, das wird wohl eine Seitwärtskorrektur sein. Wer das jetzt komisch findet, das erkläre ich euch ein andermal, warum das eine Seitwärtskorrektur ist. Aber die endet typischerweise mit einer sehr scharfen Bewegung, so wie wir das hier vorne ja auch haben. Also auch das hier ist letztlich nichts anderes als eine Seitwärtskorrektur. Auch wenn das sehr, sehr eigenartig anmutet, muss aber sowas in der Richtung sein. So ähnlich ist das wahrscheinlich ja auch. Das kann ich dann häufig nicht handeln, weil ich da keinen guten Einstieg dann da habe. Das heißt, ich muss dann hier auf der rechten Seite versuchen, ob ich ein internes Muster finde. Genauso wie hier viele auch Instis. Und auch wir haben natürlich nicht das hier als einen Einstieg gehabt, sondern versucht, hier irgendwo reinzukommen. Manchmal verpasst man es, dann kommt man erst auf halber Höhe rein. Aber eben aufgrund dessen, was hier ist, auf einer kleineren Zeitebene. Vielleicht nicht gerade auf Minuten, aber theoretisch geht das dort auch. Also, wir haben so ungefähr meine Ahnung, dass die Aufwärtsrichtung nicht ganz doof zu sein scheint oder eine realistische Chance hat. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht hat euch meine Idee, was der DAX angeht, ja mal ein bisschen inspiriert. Vielleicht selber mal euch Gedanken dazu zu machen, wie ihr das seht, ob ihr da was umsetzbar findet. Ansonsten euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.